Ja, hallo zusammen zur letzten Aufnahme Titan Quest für heute. Dann habe ich die Woche volle. Und ich glaube immer noch, dass wir hier... Ja, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Yo, das kommt mir höllisch bekannt vor. Diese Jungs kommen mir höllisch bekannt vor. Ja, hier waren wir schon. Alles klar. Dann machen wir das hier eben noch fertig. Ach ja, ist klar. Ja, ja, hier waren wir schon. Ganz sicher sogar. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ich weiß zwar nicht, wo dann die beiden fehlenden... Die beiden fehlenden Portsteine sind, aber ist jetzt auch so. Das hier kennen wir schon. Dann porten wir uns nämlich gleich zurück, wenn wir das hier fertig haben. Also ich nehme die jetzt noch eben mit. So. Ja. Ja, Hand das gleiche wird. Ja, ja. Ist klar. Komm, porten wir rein. Langweilig, Freundchen. Langweilig. So. So. Last one. Let's rein. fragt mich jetzt die ganze zeit also ich meine dass sie jetzt so man knüppelt drauf und gut ist ich frage mich trotzdem wo diese beiden port portale sind die wir übersehen haben denn es fehlen noch zwei das hatten wir auf der map gesehen aber ich werde jetzt gleich nach suchen ja an das gleichgewicht brauchen wir nicht okay da wirft auch echt null items mehr raus ok ihr lieben dann mache ich mir ein portal auf video port hier ihr seht ja zwei punkte fehlen uns nach portman sagt memphis dieser weg war umsonst oder wie heißt das so schön gut und dann gehen wir nämlich durch die tür durch die sich gerade geöffnet hat wir können noch mal ein paar ticken was möchtest du ich möchte eigentlich nur ein paar sachen los werden und du möchtest sie kaufen ja da wir keinen so intelligenten was haben wir da 45 rüstung plus 15 rüstung als stärke da ist nichts so dann in ordnung tschüss wir sind dann mal weg und gehen durch diese türe und schauen was uns erwartet in das oder wie immer das hier heißt ach mal wieder kokos hatten wir ja schon lange nie mehr da ist mal auf auch wieder kein drop aber gut das kennen wir nicht anders so alle freunde ich bin sehr gerne ein grieche ich suche meine frohne freunde die raus tatsiki und krautsalat und ich finde hier sollte ich mir das erzählen wo die sind und mir nicht aus dem ins gesicht hauen alter jetzt mal gut hier ein bisschen gold haben wir getroppt ja es geht machen wir dann in der nächsten folge also nächsten montag dann entsprechend hallo für gelieft da können wir sogar vielleicht ein bisschen mehr geben wenn das von den dps weitergeht weil die laufen ja ganz gut sozusagen scheiß zenturion ich will immer tab drücken ich weiß nicht ach weil ich poe gespielt habe ja ich habe seit ewigkeit mal wieder poe gespielt wie man vielleicht auch sehen konnte in den mainstreams ach da können wir auch noch lang keine ahnung wir gehen einfach mal hier hoch weil das haben wir alle schon erkundet was da rechts von uns ist hallo ich höre mal in den schreien da war die relativ schnell durch mit dem thema das gold haben wir auch taak jen so lasst das hallo freunde kommen alle her so dass man die arschlöcher so ja pass auf exile nachdem ich das jetzt sehr lange nicht gespielt hatte anderthalb bis zwei jahre macht schon wieder spaß allerdings habe ich kein glück auch das muss man mal deutlich sagen da ist ja echt kaum was gefunden schön geht anders aber gut wir werden sehen wie das weitergeht bin jetzt irgendwie auch knapp level 65 oder so also jetzt auch nicht sonderlich weit akt 7 gerade angefangen morgen so im dorn aufgenommen habe werde ich das auch wieder ein bisschen zocken gucken vielleicht nächsten mittwoch na gut dann ist das hier schon vorbei alter lässt das mal der ist mit dem thema durch haben wir auch noch jede menge piepsies alle für release ich finde auch jedes mal echt kein lud muss man mal so feststellen aber wie gesagt wenn man wenn man eines kennt ist dass ich und mein nicht blut glück brunnen kannst du da hinten mal aufhören oder ihr ihr seid doch noch gleich mehrere so freunde auch wieder nix unglaublich magier arschlecker geht mal gar nicht so fleißig fleißig ist der eine hier der alte griechische bock da ist schon wieder da auch euch macht spaß mich als zielscheibe zu verwenden kann das sein so da haben wir dann auch mal eben schnell aufgeräumt hier noch irgendwas ich glaube fast nicht da muss ich gleich die folgen mal im rendern das mache ich gleich während des streams das stört aber niemanden weil ich das auf dem laptop mache es dauert nämlich ziemlich lange und dann lasse ich das laptop da rumrödeln kann trotzdem halt nebenbei zocken wie auch immer so dass es dazu keine schwierigkeiten kommt ist doch mal gut hier echt jetzt lass das hier du auch übrigens so das hätten wir auch so schön brav wären wir der walsklaue schlachtbogen des frostes den könnte man sich auf jeden fall mal so als zweitwaffe anschauen lasst das alles nicht so doll wasser droppt scheinbar so hallo vögelis hier traut nix freunde aber auch rein gar nix ist jetzt auch noch eine höhle so ein portal wäre mal gar nicht so scheiße jetzt irgendwie oder ein brunnen denn so macht es relativ wenig sinn hier erstmal wieder raus das macht relativ wenig sinn was hier gerade betreibe sag mal wie weit willst du mir noch hinterher laufen nur um dann zu sterben da 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 das ist da 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 das da 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 Also so ein Portal wäre echt schon mal schick. Weil die Folge ist ja auch gleich vorbei. Deshalb wäre das echt mal ganz nice. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wie gesagt, ein Portal wäre toll. Vielleicht hier drin. Zumindest gab es hier erstmal ein Brunnen. Das ist gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier, oder ob es hier überhaupt eins gibt, ein Portal. Ich habe die Vermutung, dass es, jawohl, ja, siehste, jawohl. Nun gut, ihr Lieben, dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Zuschauen. Hoffentlich bis nächste Woche wieder. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.